Quästenberg Hallo und herzlich willkommen. Heute besuchen wir Quästenberg, einen kleinen Ort am Südrand des Harzes, in welchen sich bis unsere Tage ein uralter Brauch gehalten hat. Altjährlich am Pfingstmontag wird ein riesiger Kranz aus frischem Grün an einen ca. 10 Meter Hohenstamm hochgezogen, die sogenannte Quäste. Forscher vermuten darin ein uraltes germanisches Sonnensymbol. Der Ort Quästenberg liegt in einem tief eingeschnittenen Tal und ist von imposanten Kastfelsen umgeben. Erste Siedlungsspuren datieren zurück bis auf das 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Die Burg Quästenberg wurde um 1250 errichtet. Und ist noch immer eine sehr interessante Ruine. Einige Mauerreste sind gut erhalten und lassen auf das frühere Aussehen schließen. Damit endet unser Besuch in Quästenberg. Einen Südharzort, in welchen ein Brauch aus grauer Vorzeit bis heute liebevoll gepflegt wird. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Filme über historische Orte. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.